das treibstoff leer wieder losgehen denn voll durch die gegend von bringt uns an nichts dann meine ich den beobachtungspunkt daran nun mehr freischalten und dann sehen wir das ganze extra und da ist unser schöner das ist ein teichersee wo sie letztes mal durchfahren wollten und dann ist nichts geworden das mache ich dieses mal nicht quasi weg bleiben er lässt sich wirklich gut von den lkw-sredner gedacht und wann oder wenig schweckel habe ich gedacht hat sich dann doch als gut rausgestellt das ding ist der canyon wo es eigentlich nun der witz zu den wo es zur stammausgabe geht quasi das ist quasi der weg wo jeder lkw nehmen muss um den stammvorrat zu kriegen da sammeln die unsere stämme die wir abholen dürfen würde ich sagen da wollten wir ja durch das hätte gut gehen können letztes mal das mollige ist nicht drauf an ja mal die probe halber die map erkunden das war ja mein ziel dann sind wir gleich unseren richtigen auftrag quasi haben treibstoff im gepäck josef und der fritz sind uns dankbar wenn ich wieder die maschine laufen quasi ich muss jetzt sagen ja langsam zu den zwei jahrschaften gehen da werden jetzt auch per feld einfangen können ich weiß aber warum wieder schaden riskieren da geht nur bis 600 treibstoff haben wir auch schon was gebraucht jetzt hat so weit der kriegt bestimmt einiges nach in den großen da ich denke mal so passt oder wollen den tang an hänge 16.000 liter hat er drin und 400 aufgetankt 300 aufgetankt 330 sogar beenden jetzt haben wir das müssen wir dort zurück da oben hin lang dann geht es quasi dann auswärts wieder schaut mal mit dauern lang kommen wir wirklich auch jetzt spannend hoffen wir dass es da durch geht und da ist doch einmal genug dabei dann können wir die bäume immer aufladen quasi dann können wir die bäume immer aufladen quasi so 90 so 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 Wir müssen nicht, wo es hingeht, oder? Ganz klar, jetzt, bloß von vorne. Im Gegensatz zur Fahrbahn zu schauen, ist immer schwierig, oder? Wenn wir es besser ausschauen, oder? Ob der Auspuff jetzt da unten besser dran ist, weiß ich nicht. Ich ausgib. Ich bin langsam gewundert. Die Blockstelle ist offen. Okay, das ist schön. Nein. Quatsch, schau, der Delta-Messer zeigt mir darüber nichts an der Donate. Das Scheiß drin. 17 geht der jetzt gerade noch als Schadenspunkte. Nicht so wie vorhin, nein. Dass der LKW tot war. Der LKW müde. 9 fall. 2momentenenn 8 fall. 3 4 5 Lüftung ganz gut. Soweit müssen wir jetzt fahren. Nicht gerade so lange dauert, dass wir so weit fahren sind dann neuwärts. Oh, ist eine. Wie nicht bläst das Ding. Ne, also der LKW macht seine Zeug gut eigentlich da. Dann lachen wir jetzt da oben schon, wenn wir euch da liegen wüs. Na, Teffler. Ein paar Häuser, sagen wir jetzt. Problem. Wirklich, diese Häuser auf dem Haarschuhen. Wirklich, diese Diebliche Minusprecher wird sicherlich. Dann geht's mal an. Vielen Dank.